damit willkommen zurück zu meinem port bellen durchs geht die drei kratzer hat was zu sagen aber ich habe gerade ich habe gerade was festgestellt die schwere rüstung hier wir haben zwar schwere rüstung gelevelt und wir können die tragen aber es gibt es verhindert den kampfrausch dauerhaft also wir können schon kampfrausch machen aber das bringt uns weniger wohnen ich bin gerade am gucken ob wir irgendwo eine rüstung finden die leichter ist aber trotzdem dass wir da mal wieder wechseln können und jetzt blödsinn sind wir hier ich liebe die nase wenn man noch die hirnschuhe der macht sind ja ziemlich geil ich finde das darin ist gebrochen mit den farben wir können ja ein bisschen telekinesisch gucken auch praktisch brauchen rüstung und jetzt lau geschickt ich habe noch die barbaren kleidung dazu das herz kleidung und kampfrausch generiert der träger zwei züge lang zogen es ist zwar nicht ganz so cool wie ein hieb und stich hält in der hie kanalisierung die mit stichschaden erlitten wurde aber ja ich werde es mal nehmen ist vielleicht cleverer diese rüstung wieder zu tragen die macht uns den die macht uns den kampf der schwert uns den der kampfrausch nicht so kann sie fallen lassen mit umdrehen mit seinem namen schön spreche nimm als berühmung vermögen zwar ein monster sein aber kratzer gegenüber wir können selbst die kampfrausch versuchen mit der kampfrausch nicht das hat noch nicht mit dem geht es gut bei uns wenigstens den tieren soll es gut gehen wenn es den menschen schon scheiße geht es durch mich nicht nur den menschen auf einer anderen lebewesen dann können wir eigentlich nichts werfen das ist schwer zu werfen das muss die mehr besser gemacht haben so aus der heilung hier waren wir hier geht es wahrscheinlich weiter nach baldos geht ich glaube dass die bücke nach baldos geht wenn ich nicht etwas täuscht wir sollten uns hier nochmal umschauen damit wir im winkel und hier vielleicht noch so ein bisschen bevor wir dann hier rein das zum Olymp gehen jetzt mal schauen wir hier lang in Richtung Wiedestraße ja das ist die Straße noch weil los geht da sollte man jetzt da sollte man erst recht jetzt noch nicht lang da ist noch etwas zu tun da ist es aber noch bis wir hier lang gehen können da haben wir hier in dem Bereich noch einiges zu tun aber eine ganze Menge hier so gerade die Straße runter würde ich vorschlagen hier geht nichts wir haben ein bisschen Licht machen hier aus positive Sachen wie die Forms allesamt ausrotten das habe ich schon im ersten Durchlauf thematisiert da sind wir sowieso für die gute Seite stehen und die bösen Töten bleibt es sowieso hier 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 Ah, hier. Stellen mit zu bilden gibt es hier noch. Und ein Friedhof. Nur wegen der Friedhof. Aber ja. Ah, da waren wir schon. Aber nicht. Nein, da waren wir noch nicht. Hier rechts waren wir schon. Aber gehen erst mal voran, würde ich sagen. Oder? Ach komm, das ist jetzt erstmal die Steinmetzgilde. Machen wir dann. Rage für den Steinmetzgilde. Steine, was für ein Überraschung. Verwittertes Mais ist jetzt. Hätte ich nicht erwartet, das hier zu entdecken. Zu entdecken. So, wie kommen wir jetzt am schlimmsten runter. Oh, hier wäre der nettere Wesen. Ja. Ein Barbar, der ich bin. Verzieht nur höchst. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Ich vergesse immer wieder, würde ich sagen noch weiter in den Untergrund. Ich vergesse immer, dass wir in den Schattenländern sind. Und die Schattenländer, die sind, ja, unbehördisch. Die sind, das vergisst man schnell bei Aufzug. Weil es hier so düster ist. Die sind im Schattenflug zu verdammten. Ich glaub wir sind wieder hochgegangen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen stecken. Bewegung, ich lehne jetzt an der Dark. Ein Steinbocken und Schlüsse noch. Wir könnten auch den Schlüsse finden, aber... Wir sind wirklich gelandet. Ein Geheimdampf. Und da mal keine Fallen sind. Oh. Ja, so viel dazu. Psyresistenz, Energieresistenz. Vollimmunität. Nichts zu leistend. Nichts zu leistend. Ich hab ein Herz. Psyresistenz, Energieresistenz. Giftimmunität, wir sind am Arsch. Die Gitter haben weniger Resistenzen als diese Truhe. Fruchtverwundbarkeit. Kaus. Gleisstro cut. Vermutbarkeit. Nach einem Dre Kapel 그림. Meine so properties in Ruhr tricks. Na fast unterwegs ist das. So, Sankaram. Mit ihm ohne Waffen. Wieso hab ich keine Waffen dabei? Das ist denn hier passiert. Wir warten das da und sein Waffenverbrecht bedrohen. Turmförmige Stüße, irgendwo noch nicht durch das heißt. Wir sollen aber zurückgehen auf die Brücke. Da hat er wahrscheinlich irgendwo seine Waffen gegenlassen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Tja. Säure Fühnbarkeit. Mekotisch. Feuerminutizur. Wir werden nicht sterben. Wuchtverwundbarkeit. Was das laut? No, never mind. Ich denke, du kannst mich auf. Ich bin zu schwer. Oh, ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Doch ich kann nicht schreiten. What's next? No time to waste Es geht ein... es geht ein anderer Nost Tja Tja Erinnerungsärmte Tja Es wird so viel von diesen Wo es jetzt geht es für Schatten sind hier Tja 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 Präsenz-Ermte Da muss die Schatten nicht alles kommen Ein viel Schlag Tja Es sind Nadel Schatten Gucken Schatten noch einer zu sein Tja Es ist zu weit weg Tja Pet Tja Es ist Blut. Es ist blut das die Tauron nicht zu retten kann und wenn ich auf den großen stützen das ist der Schatten weg der erste weiß ich gar nicht haben wir nicht schneiden erledigt die kippen Ich werde noch meinen Abitur weiter So, der kurze Zweck. Wo sind die kleinen? An unsichtbar. Nicht erreicht. Wir sammeln uns. Wir sammeln uns damit. Und da ist einer. Da kommt der Nächster. Und da kommt der Nächster. Das war ein bisschen unzimmig. Besser als nichts. Steinwärtsprotokoll. Wir haben etwas gefunden. Eine Falle. Schau wieder. Hemm der Kahn Sinnesschärfe. Wenn du bei einem Waffenangriff Schaden bewirkst, dann hast du zwei Züge lang und keine Sinnesschärfe. Ja. Gut verkauft. Gut. Ein bisschen alt. Das wäre gut gewesen zu wissen, was da draußen in dieser Tor ist. Was? das ist so eine Liste keine feste Truhe dann raus hier Sehr schade Esenleitung Sie waren nur Schenboden im Strömen Das ist lustig Ja. Ein Pfeil von zerstörten Böden, von verschiedenen Formen, Größen und Kreaturen. Aha. Wundfünf Steine hat sie nur... ...zummeint. Was ist in meinem Geist. Wundfünfig. Sie sind immer notwendig. Wundf, was ist das Geräusch? Sulfur. Wundf! Ich habe immer noch nicht alles erkundet. Also hier waren wir ja schon. Das ist noch ein kleiner, winziger Fleck, den wir noch nicht tragen. Können wir mal aufdecken. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Was ist der, in der Karte? Wundf. Was ist der, in der Karte? Wundf. Wundf. Wundf, wir sind offenbar. Oh no, wir sind in zwei. Oh, geht's hier dann. Oh, geht's hier. Oh, geht's hier. Oh, geht's hier. Okay, hier sind wir gerade rein. Oh, geht's hier. 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 Oh, geht's. Oh, geht's hier. 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 Oh, look. Aha, Motiv erkennen, der Vater hat mir nur die Hälfte von mir, was ihr wisst, ich weiß es. Klingt nach einer Bekanntschaft, die ich liebend gern machen würde. Ich habe immer gewusst, dass ihr ein Päckling seid, nur wunderschön. Was ich schon versucht habe. Wunderschön. 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 Wir würden den neuen Rotexarbeit nicht für euch aber verheben. Aha. Aha, na dann rein dort. Rein in den Tempel der Schar. Müssen wir uns gut umgucken. Da gab es irgendwo ein kleines Vorstecktes Ding. Ich wollte es weiter sagen. Müssen wir für die Forms geliebt. Für die Forms Befehle waren eindeutig, um in Erfahrung zu bringen, ob es nicht in diesem Mausoleum liegt, dass man in seine Fußbucht Spuren treten. Tat und Tat von Prachtz zu Tramudia zu Schande Ah, ich erinnere mich Hier gab es ein Wandbildgrätsel Oh, nimm hier Aha, jetzt haben wir gehabt, können wir nichts anfangen Oh, das ist ein Deutsch für dich, das ist eine Art und Tatmüge, das ist eine Art und Tatmüge Das ist ein Deutsch Da finden wir beim besseren Waffen. 5 bis 8 Schaden, 10 bis 10 Schaden. Machst ne Knochensege nehmen. Und soffern. So, hier finden wir nichts. Die Tempel, warte. So. Intakter Flügel, Städte der Gruben. Zerstörter Flügel, irgendeine Präsenz. Bericht von seltsamen Geräuschen. Ratten, warum so viele verdammte Ratten. 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 Um dann keine feinen Schafel abzugehen. Das wird zu lustig. Elk, Olaf. Komm mal. Wir haben diese Mundaufgaben. Wir gehen nochmal. Okay, das ist noch die falsche Reihenfolge. So wäre es dann... erst mit den Turm des Mundaufgangs. Dann so. Dann der General. Dann der General. Dann der General so zum Schluss kommt. Okay. Ah. In der Hose. Einen Erdhofen. Einen Erdhofen. Den Fallen schärft vielleicht zurück. Nur nicht gerne. Den Adderwurf hier. Das geht abwärts. Er sagt, dass er alles vor seinem Tochter Isabel gemacht hat. Für seinem Tochter Isabel gemacht hat. Beinahe verständlich. Ich will bei der Sreva uns nicht auf. Er wieder erfahren ist. Das ist ungefähr ein großartiges Gewalt. Dieser Mann verändert seine Anliegenungen mehr als ein Kortesan. Er verändert seine Bedeutungen. Zumindest ist er das Beweis, dass du dich aus dem Schaar und leben kannst, um die Geschichte zu erzählen. Aber einige können das nicht leben. Wenigstens können wir sie diesmal mitnehmen. Okay. Was ist auf deinem Kopf? Das wird interessant gerade zum Ende des Tempels. Verspielte dann immer zu. Oh ja. Die Prüfungen der Schaar. Ich weiß nicht, wie ich Bock habe, die nochmals machen. Erstmal müssen wir den Teufel finden. Wer hier unten festsitzt. Und von Raphael gegabt wird. Und dann geht er ab und nicht gefangen gehalten. Eine Tafel. Und sie soll sich anführen. Vertreue von Licht in die Erdene. Gib dein Leben zu den Schaen. Um das kräftige Leben auf die Schaen zu halten. Ich kenne jetzt nicht die Karte. wo es noch in die Wand ziehen soll. Stufe 15 ist jetzt schon. Blödsinn das war das Schild hier noch nicht. Das war das andere Schild hier nicht gegeben haben. Jetzt finden wir hier noch eine andere, bessere Justizsauberstunde. Gute Leitzung. Haben wir noch Schwarzfarbemittel? Ach du Scheiße. Na ja, passt doch irgendwie. Limitarschaden. Was wechseln. Was wechseln. Wie schön. Schützlos. Ich kann ihn nicht mehr. Ich kann nicht. Nein, egal. Ich will wissen, was die nächste Bewegung ist. Ich habe keine Zeit für Dalli. Ach du Scheiße, jetzt haben wir sonst gezogen. Das ist ein Vessel. Oh. Darin merke ich mich dran. Das müssen wir alleine machen. Ich glaube wir mussten hier... ...latern ausmachen. Und wenig Pfeilen auslösen. Und dann gab es Knöpfe für Hebel. Ich glaube, es geht nicht so. Ich glaube, es geht nicht so. Ich glaube, es geht nicht so. 4.6.5 um die Laterne ist schon runter da ist auch noch eine Laterne natürlich muss er in Scharrätsel und dunkle Statuen und Absence die erste Hähnlze ist die erste Hähne die erste Hähne die 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 Der Hebel Und die letzte in der Thermo, die letzten beiden Eigentlich sollten jetzt mit zweijährigen passieren Was habe ich mir übersehen? Ich erinnere mich an einen Röberend Zweikreisen Ach du Scheiße Okay, das war schon mal falsch Die Laternen drin sind ja noch Nicht alle ausmachen Aha Ah Soll ich mich Okay Schlechen Okay Welcome child Follow my voice and prove your worth Better tread carefully Jetzt können die anderen folgen Warte, da drüben waren wir noch nicht Das können wir ja nicht auslassen So machen wir nicht Das ist ja spannend Oh ja, das ist ein einfaches Wink Sehr spannend Jetzt verquere ich die Feinden durch, so ist es am besten. Ein bisschen Geld. Na dann weiter, ja. Ja, das ist ein Café für uns. Das ist ein Café für uns. Das ist ein Café für uns. Das ist Macht und Schmerz. Homie ist nicht das erste Wort... Oha. Oha. Du Blunder! Du Menschen! Ich gehöre wieder hin. Du schützt meine Pläne! Geh! Sieber schickt mich so... einen gewissen Balthasar helfen. Drei Lächeln teilen eine Persönlichkeit. Mit wem? Oder womit rede ich hier? Schaf verschwindet ihr doch. Ich habe mein Recht darauf hier zu sein, als ein wütender Knochenhaufen. Die zum Gehen wenden. Bohnen! Sie sind mehr als Bohnen! Mehr als Fleisch. Mehr als Haut, Blut, Haar und Piss. Sie sind mehr. Sie sind mir. Jetzt weg, bevor... Sie sind mehr als Bohnen. die Drehung. Sie sind eine Ofen. Meine Worte sind gebrofene. Die Rettung sind verletkt. Sie sind schnach, Ein Brot von Blumen und B켓 gegen die Siegung. Jetzt! Jetzt. Toll... Das Gerät ist mir ganz wichtig. wir sind nicht gerade super fit von der Pfanne sind wir noch ein bisschen geschwächt es gibt noch ein bisschen Ich bin sehr gut. Er hat uns oft genommen. Natürlich. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Wir müssen mal die Löcher schließen. Ich nehme Gewinnungsrate. Mist. Ich nehme Sto und da drauf einholen. So, hier. So,igans? Ja, ich habe keinen Job mit Onyx Das klingt wie Spaß. Was macht die Lechale? Das ist auch so nicht weiter Ich glaube sie selbst Ich gucke jetzt Jetzt spuckt das Loch ein weiterer vor Ich bin ein bisschen 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 Sie sind Es darf ein Untoter sein. Verbrenner. Das hat fast endet. Das ist dann ein Schattenherz. Wir haben da ein kleines Problem. Ah, das ist doch geschlossen. Das ist ein Schattengeräte. Nebenan. Schönes Mapeion. Aha! Ich bin fast. Ich brauche die Gelegenheit. Eine weniger. Ist gut. Ich komme jetzt schon kurz zum Tod. Ich komme mal ein bisschen zur Hilfe. Warte mal nicht. Oh, ich habe noch jemanden. Ich komme jetzt weiter. Dann hat ein Pfeil. Na bitte. Hier haben wir was bei sich. Außer den Gold. Ein bisschen Gold. Keine Rüstung zu nehmen. Okay, dann würde ich glaube ich erstmal hier runter gehen. Ich glaube da gab es. Wir gehen jetzt zu dem Teufel. Wie schnell Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Der Paar ist gleich vorbei. Kann ich mal nach oben gehen. Dann gehen wir hin. Ich komme jetzt nach oben. Dann gehen wir hin. Oh nein. Dann gehen wir mal hin. Ja, das war's. So, lasst es kämpfen. Einmal speichern. Hier war das vielleicht schon hin. Was ist hier passiert? Was ist das? Was ist das? Einmal speichern. Einmal speichern. Wenn ihr in eure Brust geraden. Wenn ihr weiter die Klappe aufreißt. Zwerg verzeiht den Stank. Der Stank der Oberfläche lässt sich einfach ein Klapp waschen. Und werfen weglaufen. Ich rieche die Gäste. Das ist wahr. Aber... Es gibt etwas anderes. Es ist fast durch deine Angst. Zwerg. 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 Raphael. Ich rieche ihn über dich. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß nicht was er da redet. Das Perfum trittet mich. Tritt mich! Tritt mich! Ich hatte mit diesem Teufel zu tun. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Niemand hält euch auf. Ich weiß einen Ausweg. Er will und tut. Schuss! 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 Ich habe schon zu viel erzählt. Ich werde mir die Vertrauen, vielleicht habt ihr etwas übersehen. Und selbst du bist ja nicht so wirklich frei, vielleicht wäre es besser, wenn Raphael's Schuld steht, ihr habt Angst vor dem Vertrag, das kann ich nicht glauben. Leave no justice here, alive to obey. Leave none to hear it. Then be set free. This song is your oath. Swear, swear it to me. Well, that explains where all the dark justices went. The final lyrics linger in your mind. There is a trick buried within them. A clause that cannot easily be fulfilled. That's it. So, he's the one who slaughtered the justices. Can we kill him now? Because if he doesn't die, then Raphael won't tell me a damn thing about my scars. I will just tell him. Raphael, I wanted to, I wanted to, I wanted to, I wanted to kill you the young punk minister. Why? Why don't you tell you the year, it was a book of kind of a contract? Maybe you have to give you a story? You should be done being done. Poor boy. But mountainousness can burn. Oral agreements aren't worth the tongue, they're waddled out upon. A song, lingers. Raphael made double sure of that. I can't forget the damn thing, so long as my words are not finished. Das Lied für wir müssen sterben. Wir müssen aber erst mal sterben. Wir müssen etwas übersehen haben. Lass mich den Ort für euch durchsuchen. Diese Versen sind der Trick. Ihr hattet immer zuhören und die Völkschaft gefährdet sich los. Und genau den Weg. Zumindest die Völkschaft. Und damit, glaube ich, nicht loswerden. Na komm. So brauchen wir den Wurf, den wir später brauchen für ihn. Aber sie haben auch die Augen. Möchtet euch. Geh in die Hölle mit euch. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ihn sich jetzt auch noch blüten zu lassen. Ich höre es noch. Es scheint, dass deine Theorie ist falsch. Und das schaffe ich jetzt noch. Natürlich die Bestie. Und vielleicht finden sie auch gut sind. Sich noch selbst. Ist tot ist. bis jetzt. Dann war er drin. Tut hier geht. Die Marigons, Sie sich zu töten! Ich höre immer noch! Scheiße! Sieht so, dass du feurigst bist! Die Maradons sind weg. Wie viele Versuche bräuchten dafür. Die Maradons sind weg. 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 Kill Nessa. Stay. Ich höre es noch! Wenn du so falsch bist, dann schlaue ich mich aus einer Furnace und ich dich lebendig bin. Kontrakt, bitte! Sie müssen mich nicht bekämpfen. Möderische Poesie. Wir werden erledigt. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau tschau. Tschau tschau. Tschau tschau. Tschau tschau. Tschau tschau. Musik Untertitelung. BR 2018